Moinsen, der Stefan ist hier. Herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Heute an diesem wunderschönen Freitag mit Sonnenschein und guter Laune nehme ich dich mal mit auf so eine kleine Reise bei Augsburg. Ey, das ist so total Downtown Bayern-Schwaben. Und heute gibt es auf dem Campingplatz Bella Augusta. Warum der so heißt und was es hier alles zu sehen gibt und warum ich den echt cool finde, den Platz heißt so weiter. Das gucken wir beide uns nochmal ganz entspannt in diesem kleinen Video an. Let's go. Putsch! So, und du weißt natürlich wie es ist. Wir fangen an, da wo man anzufangen hat. Und das ist in diesem Fall natürlich auch vorne. So, vorne, du hast es gerade schon gesehen, das ist hier die Anfahrtsstraße. Wir sind super nah an der Autobahn. Das macht natürlich die Anreise total bequem. Ich nehme es vorweg, wenn man sich denkt, oh wei, oh wei, das ist bestimmt total laut an so einer Autobahn. Also, ich bin ganz ehrlich, man hört sie so ein ganz bisschen des Nächtens im Wohnwagen, hast du genug ausreichend Ruhe. So, dann fährst du runter von der Autobahn, fährst dann irgendwie gefühlt noch einen Kilometer maximal. Und dann, dann kommst du hier angefahren und kannst deinen Boliden, also in dem Fall dein Gespann im besten oder auch ein Camper natürlich, kannst dich erstmal kurz angehalten haben. und läufst da hinten in diese schicke, ich sag mal 70er Jahre, wir wussten es damals nicht besser, wie eine Optik funktionieren kann, Gebäude. Da befindet sich nämlich die Rezeption. Und weißt du was? Da bewegen wir uns jetzt auch mal hin und auf dem Weg dahin, ja dann machen wir die Kamera gleich nochmal an. Da gibt es nämlich schon das ein oder andere zu sehen und das musst du alles wissen. Du weißt ja, Content ist immer wichtig, oft. Da sind wir aber direkt nochmal zurückgehüpft, weil du weißt ja auch, also es gibt ja Dinge, die sind so selbsterklärend. Wegweiser sind ja oft echt supergeil wichtige Sachen. Und du siehst schon hier gerade aus, da befindet sich alles fast, Müll ist aber rechts. So, und da siehst du ein Müllhäuschen und dann sag ich dir auch schon die allererste Besonderheit. Es gibt so eine kleine Karte, die kriegst du beim Check-in. Die brauchst du, um in das Müllhäuschen zu kommen, in die Sannis zu kommen, durch die Schranke zu fahren. Das ist also total wichtig, deswegen muss man die immer dabei haben. Ja, und weil das bei uns so ist, zeige ich sie dir gleich, wenn wir sie brauchen. Meanwhile laufen wir aber weiter in die Richtung. Eben noch angesprochen, jetzt schon in der Hand, das ist die berühmt-berüchtigte Chipkarte zum Glück. Wenn du nur ein ganz bisschen hast, versuch es hier, ansonsten mach es einfach wie anständige Menschen. Läufst du hier einmal rein und wenn du guckst, du hast natürlich einmal Restmüll und gelber Sack und tatsächlich alles ganz cool. Hinten kannst du auch ein bisschen Metall wegfeuern, wenn du, weil sie nicht irgendwas über hast. Und für die, die es wirklich ganz genau nehmen wollen, hast du oben drüber auch immer noch so Wegweiser, zum Beispiel Windeln. Wären hier super, da nicht. So, kriegst du hin. Müll hast du ja schon mal weggebracht, oder? Was du wahrscheinlich auch schon mal gemacht hast, ist, zu Rätsel zu gehen. Und nichtsdestotrotz, hier bei der Rätsel warst du ja wahrscheinlich noch nicht. Und deswegen laufen wir da mal rein. Und vielleicht finden wir ja auch einen der beiden Betreiber. Total nette Typen. Vielleicht hat auch einer noch Bock, irgendwie mal einen kleinen Satz zu sagen. Aber, weißt du, wenn wir eh schon nicht unterwegs sind, dann machen wir uns nichts vor. Das ist mal ein Spielplatz. Hier, guck mal, Slackline. Das habe ich, jetzt wirst du im Zweifelsfall, das macht man wahrscheinlich eher barfuß, oder? Oh, ist aber kalt an den Füßen. Habe ich noch nie gemacht. Ich komme da auch gar nicht mal hoch. Ja gut, da hilft jetzt aber auch wieder keiner. Gut, jetzt werde ich aber auch nicht als Artist bezahlt. Kriege ich fast einen Krampf im Oberschenkel. Aber was ich dir eigentlich zeigen wollte, ist, guck mal, das ist ein schöner Spielplatz. Hinten mit so einem kleinen Volleyballfeld. Bei den meisten ist das ja eher Ball über die Schnur mit einer Slack. Slackline heißt das, oder? Ja. Mit Rutsche und Krusch und Schaukel und kleine Baby-Schaukel. Oh, total schön. Guck mal. Die haben sie, glaube ich, selber gebaut aus einem alten Plastefass. Hier mit Sand und über... Also, toller Spielplatz, muss ich ganz ehrlich sagen. Und übrigens, eine Sache, die habe ich dann gestern auch schon den Betreiber gefragt. Das ist nur ein Drei-Sterne-Platz. Und man fragt sich, hä, wieso? Das wirst du nachher auch durch deinen Kopf gehen lassen. Die Parzellen sind groß, es ist super ordentlich. Der Preis ist anständig. Den nenne ich dir nachher natürlich auch noch. Warum nur drei Sterne? Das ist immer so ein bisschen abhängig von Verhältnis-Sanitär-Dinger. Also Duschenanzahl und Platzanzahl. Ich sage, das reicht völlig aus. Ist aber wahrscheinlich eine Dusche zu wenig, sonst hätten sie ja noch einen Stern mehr gekriegt. Finde ich total spooky, diese Kategorie. Weil der Platz ist echt toll. Da vorne kannst du dich dann schön, wenn du Mama und Papa oder Oma und Opa bist, jetzt dich hier schön in der Hollywood schaukeln, wenn die kleinen Racker am Spielen dran sind. Gibt es denn schönere Sachen zu beobachten? Ich sage ja, aber gut, ist er auch mal nett. Komm, wir gehen zur Rätsel. Komm, komm weiter. Zack, bumms. Ab in eine Rätsel, natürlich mit Schlabberlatz. Und da ist er auch schon. Du bist der Jockel? Ja, das bin ich. Der Jockel. Das ist erstmal ein komischer Name. Ich glaube, das ist dein Spitzname. So ist es, ja genau. Weil du eigentlich Jörg heißt oder was? Nein, das kommt von Joachim. Ach. Also hieß ich Toni hier im Bein. Von Joachim zu Toni? Ja, Toni Schumacher. Aha. Schumacher Nachname. Ach, der Toni Schumacher. Ja, und der eine und andere, die Beine, die drehen alles. So, jetzt sagen wir hier und jetzt ist es der Jockel. Und super, das ist A, ein netter Typ, B, total kompetent. Wenn der mit seinem kleinen Fahrrad, also diesem komischen Boller war, über dem Platz so aus, dann macht er wie kein Zweiter. Jockel, sag mal, das ist ja ein schöner Platz. Du musst jetzt natürlich sagen, ja. Schöner Platz? Ist es? Sehr. Ist es wirklich? Das Schönste von der Welt weiß ich nicht, dann hätte ich ja erstmal jeden sehen müssen, habe ich ja nicht. Sag uns doch mal in einem kurzen Satz, warum ist das hier so schön? Wir haben das nicht vorbereitet. Nee, gar nicht, gar nicht. Also wir lieben unseren Platz und das ist das Herz von unserem Platz. Ja. Wir tragen überall raus, also alle herzlich willkommen. Die meisten. Wenn man sich benimmt, ist man herzlich willkommen. Wenn man sich nicht benimmt, fliegt man runter. Das ist üblich so, oder? So, also. Das hat ja einen Grund, warum wir übrigens hier sind. Das wirst du in einem der anderen Videos vielleicht noch sehen. Wir machen ja hier unser Sicherheitstrainings-ADAC-Super-Duper-Treffen. Und jetzt haben wir ja schon öfter Treffen gemacht. Ich nehme es vorweg. Ich bin ja gestern, vorgestern schon angereist. Alles schon ab, hier mit so Reservierungsschildern, mit unserem Logo drauf. Hat er sich richtig Mühe gegeben. Finde ich übrigens super. Und ich glaube, dass wir hier echt gute Tage verleben können. Und damit du auch weißt, wenn du hierher fährst, ob du hier schöne Tage verleben kannst, gucken wir uns den Platz weiter an. Wir dürfen, oder? Wir dürft. Sicher. So, magst du noch Tschüss sagen? Ja. Also, fährzeug, wir freuen uns auf euch. Fährzeug heißt, auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Wir sehen uns nachher. Servus. Super schamante Typen. Also tatsächlich. Und wenn wir schon mal hier stehen und uns dieses, ich sag mal, formschöne Gebäude nochmal angucken dürfen, dann fragt man sich natürlich, was ist denn da alles drin? Gut, hier ist ein bisschen Lager und Werkstatt. Hintenrum hast du dann die Sanitäranlagen. Die gucken wir uns natürlich auch nochmal ganz ausgiebig an. Und oben, früher hat man so gebaut, ne? Ich weiß auch nicht. Gut, aber früher war die Mode ja auch anders. Und oben hast du dann noch so fremden Zimmer. Also, wie so eine Pension. So, was muss ich dir noch erzählen? Wir sind hier auf dem Platz Bella Augusta. Warum heißt der so? Ja, ganz einfach. Augsburg ist eine alte Römerstadt. Und da hat man sich überlegt, als die beiden Kollegen den Platz hier übernommen haben, in 2006, meine ich, hat er gesagt, also sind schon ein paar Tage hier, wir benennen den irgendwie um, das muss nett und charmant klingen. Und Bella Augusta, aber das klingt doch fast schon kurz vorm Römischen Reich. So, was wollte ich noch gesagt haben? Was wollte ich noch gesagt haben? Ach so, Größe, natürlich total wichtig. Insgesamt 160 Dinger, also Parzellen, 60 davon für Reisecamper. Und 100, das konntest du dir wahrscheinlich auch schnell selber ausgerechnet haben, Dauercamper. Was ich tatsächlich ganz cool finde, ist, dass so der Bereich für die Touristencamper, das wirst du gleich sehen, wenn wir wieder hinterlaufen zu den Parzellen, dass der so ein bisschen für sich ist. Und nicht irgendwie so ein verirrter Reisecamper, wie ich es ja manchmal bin, sich so zwischen 10 Dauercamper postieren muss, die dann nicht da sind oder die mit uns nichts zu tun haben wollen. Das hatte ich ja auch schon mal auf dem einen oder anderen Platz. Das finde ich hier echt cool gelöst. Aber apropos cool gelöst. Pass auf, let's go to the sunnies. Ready for the sunny. Na dann, let's go. Auch hier, denk dran, das ist ein Tadistra. Stell dir mal vor, ich sag mal, der Schokoladenbus hupt und du hast die Karte vergessen. Das ist schlecht. Immer die Karte am Mann oder an Frau haben. Einmal vorgehalten. Bleiben Sie bitte gesund. Ich gebe mir große Mühe. Und dann schauen wir da mal rein. Haben wir zum einen erstmal so WC. Das ist super. Da wird auch gleich noch telefoniert. Da wird ganz leise sein. Komm, wir gehen erstmal da vorne hin. So, das war das jetzt nicht störend, das Gespräch. Das ist übrigens auch geil, oder? Auf dem Scheiß aussitzen und telefonieren. Ich meine, gibt es denn schönere Orte für wirklich inhaltsvolle Gespräche? Komm, jetzt zeige ich dir einfach wahllos die erstbeste Dusche. Und dann siehst du schon, im Endeffekt, so wie es fast überall auf vielen Campingplätzen ist, der große Vorteil, keine Münzen oder sonstigen Krusch. Klamotte hingehangen, ausgezogen, drunter gestellt, ordentlich warm gemacht und jala, auf geht's. Schön, oder? Mit dem Holz imitat, oder was das ist. Ist das echtes Holz? Wahrscheinlich nicht, aber sieht gut aus. Die Lampen schön, das ist auch so ein bisschen schwedisches Möbelhaus mit ganz viel Charme. Und jetzt denkt man sich, oh, guck mal, das ist doch schön. Ich weiß auch gar nicht, was das für ein See ist. Auf jeden Fall keiner, der hier direkt dran ist. Aber See, den gibt es hier auch. Da laufen wir gleich auch nochmal hin, im Zweifelsfall. Das ist aber nicht der. Ist das der Chiemsee? Stornberger See? Man weiß das nicht. Ausreichende Anzahl. Duschen hat es 1, 2, 3, 4. Das liegt wahrscheinlich, das ist der Grund für nur drei Sterne. Naja, vielleicht. Vielleicht hätten sie mit der fünften oder sechsten Dusche noch einen Stern mehr gekriegt. Jetzt müssen wir uns die Klos doch nochmal angucken, oder? Komm mit los. Das war das Gespräch, nicht stimmen. Der Lokus. Und die Pipi-Boxen. Pass auf, wir gucken uns einfach mal irgendeinen Lokus an. Zack, bumms. Komm mal her. Nehmen wir gleich den, der muss nicht so weit laufen. Lokus, Klopapier. Mein Gott, alles da, was man braucht. Kannst du auch die Jacke aufhängen, falls du Schwerstarbeit verrichten willst und nicht dabei so schwitzen magst. Dann geht es weiter. Und jetzt gucken wir mal, was draußen noch alles ist. Weil nur nicht selber waschen, das reicht nicht. Man muss andere Sachen nehmen, die gucken wir uns draußen an. So, sich selber zu kultivieren ist ja das eine. Manchmal müssen aber auch Gegenstände kultiviert werden. Und das machst du hier. In diesem Fall sind das Gegenstände des täglichen Bedarfes, zumindest derer, die sich nicht als Ludisten bezeichnen. Nämlich Waschmaschinen und Trockner. Das kostet in der Regel Geld. Nur Kleidung. Ja gut, ich meine, was sollst du denn sonst in eine Waschmaschine schmeißen? Aber gut, man muss immer alles formulieren. Da weiß ich nicht, was das jetzt kostet. Das tut mir sehr leid. Aber im Zweifelsfall würde ich daran meinen Urlaub nicht festmachen. Ob das jetzt drei, vier oder fünf Euro kostet. Zieh mal den Schlüpper zweimal an, hat man das auch erledigt. Du siehst auf jeden Fall, da ist eine gewisse Anzahl an Maschinen vorhanden. Vorhanden sind noch andere Sachen. Aber nicht hier, sondern draußen. Juhu. Und wenn wir schon über Gegenstände kultivieren sprechen, dann sind es ja nicht nur die Klamotten, sondern manchmal auch hier mit Abspülen und Teller und so. Wenn man jetzt nicht den Glamping mit sich herumfährt und eine Spülmaschine dabei hat. Was hat das mit Camping zu tun? Ja, das ist doch offen. Ist doch offen. Oh, schön. Guck mal. Jetzt ist hier ein bisschen dunkel. Da ist im Zweifelsfall ein Lichtschalter. Jetzt muss ich mal gucken, was das hier ist. Nicht, dass es nicht geht. Was ist das hier? Hier ist zu. Hier ist nichts hinter. Ist aber auch egal. Schön, oder? Das ist übrigens keine echte, weil bei dem Licht wäre die wahrscheinlich auch schnell kaputt. Aber jetzt hier. Hier haben wir Licht und hier kannst du abspülen. Alter, die sind aber, das sind, die sieht man heute auch nicht mehr so oft, ne? Solche Steckdosen. So, was haben wir? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Abwaschbecken. Was ich super finde, tatsächlich, das ist jetzt nicht die Erfindung des Rades und kommt auch nicht kurz danach, aber hier oben kannst du dann den ganzen Scheiß reinstellen, dass das abtropft. Das ist ja in südlichen Ländern auch oft so. Italien zum Beispiel hast du das ja ganz oft. Wir sind hier aber auch nah in Italien. Hier könnte man bitte einmal, wenn man fertig ist mit Spülen, nochmal durchspülen. Ey, Camper sind manchmal echt, echt. Soll ich sagen, wie es ist? Manchmal sind Camper auch ein bisschen Schweine. So, Pömpel. Ja, Pömpel hast du. Super wichtig. Ja, weil nichts Blöder, kommst da hin, hast keinen Pömpel. Ja, da musst du unter fließendem Wasser abwaschen. Und das ist ja mal umweltkammermäßig, das ist, ich sag, ganz weit hinten in den Dingen, die man tun sollte. Gut, ansonsten kannst du von so einem Raum ja auch nicht viel erwarten. Schöne Bilder haben sie hingemacht. Freue ich mich. Abwaschen, komm, weiter, 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 weiter. Wenn der kleine Hunger kommt, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das sagen darf, dass ich irgendwie markenrechtlich geschützt ist, also wenn du Hunger kriegst, dann musst du was essen. Jetzt gibt es viele Plätze, die haben ein Restaurant. Es gibt viele Plätze, die haben das nicht. Aber hier sind wir auf einem Platz, da hast du sogar eine Osteria, wie der Bayer sagt. Der Wahl-Italiener. Italienisch. Pasta, Pizza, Saltimbocca im Zweifelsfall. Gucken wir doch einfach mal auf die Karte. Ich habe übrigens der Camper Tobi, den kennst du ja vielleicht auch vom Hörensagen. Ja, kannst du seinen Kanal auch abonnieren, dann freut er sich. Den habe ich hier getroffen, der ist hier ganz oft. Der hat hier seine Postadresse, weil der fährt ja immer mit seinem Wohnmobil durch die Gegend. Der sagt, manchmal ist das Essen hier so richtig, richtig super und manchmal ist es okay. Muss man Glück haben. Gut, ich kann es nicht beurteilen, aber ich kann dir sagen, was es gibt. Pizza, ganz viele. Margarita, Salami, Caprese, Prosciutto, Regina und Nudeln gibt es auch. Saltimbocca gibt es jetzt nicht, habe ich wieder angekündigt. Fleisch. Saltimbocca. Saltimbocca a la Romana. Also das klingt zumindest nett und ich sage mal ganz ernsthaft, mit einer Pizza kannst du ja nicht viel falsch machen. Kannst du auch mitnehmen, kannst du schön mal die am Wohnwagen essen. Vergess dich immer abzumachen. Super. Und was du kannst, ist, kannst du hier draußen sitzen. Und wenn du schon hier draußen sitzt, ja, das ist total super, dann siehst du auch schon den See. Komm, 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 da laufen wir hin. Schnell. So, jetzt wirst du es gegebenenfalls rauschen hören. Und das gibt natürlich einen Grund dafür, dass es so ist, weil wir sind hier im Naherholungsgebiet Autobahnsee. Gut, und an so einem Autobahnsee, da muss man die Autobahn hören, weil das wäre sonst nicht, das wäre nicht gut. Und du siehst auch, das ADAC-Gelände ist auch direkt hier nebenan. Übrigens auch einer der Gründe, aus dem heraus wir hier sind. Und da noch ganz viel Biergarten von der Passatore Osteria Pizzeria. Und da siehst du den See, da kannst du dich dann auch schön hinlegen im Sommer. Und kannst mal so ein bisschen die Füße, wahlweise den ganzen Körper da reinhalten. Mit Kopfhörern, weil das sonst so laut ist von der Autobahn. Tja, aber schön ist es. Da machen wir uns nichts vor. Wesentlicher Punkt fehlt noch. Soll ich dir den noch zeigen? So die Parzellen und so? Musst du dranbleiben. Mach ich jetzt nämlich, komm. Ach, apropos, was natürlich total wichtig ist, wo mach ich denn mein Logos dann leer? Na hier. Denn hier, kannst du sehen, hier ist einmal der Abguss für die Chemitoilette. Mit hier Wasser und wieder so. Also, das ist alles schick. Übrigens, das Schwarzwasser, glaube ich, sagt man ja im Fachjargon. Ich kenne mich da mit Camping gar nicht so besonders gut aus. Das ist ja nur das eine. Es gibt ja noch das Grauwasser. Gerade insbesondere für die Wohnmobilisten, die müssen das ja auch mal ablassen. Und da man das nicht auf der Parzelle macht, macht man das woanders. Und zwar, da, guck, schnell. Guck mal. Direkt gegenüber der Reetze, also so zwischen Reetze und Restaurante, hast du hier, und das muss Tag und Nacht freigehalten werden, ist ja logisch, hier den Ausguss, Ablass für Wohnmobil-Grauwasser. Grau, nicht Klo, grau. Super. Jetzt wird es richtig spannend. Jetzt zeige ich dir gleich mal Parzellen und Platz und so. Und du wirst sehen, boah, das ist echt schön da. Das ist echt schön da. Aber Worte sind das eine, Augenblicke das andere. Und eine Sache, da machen wir uns nichts vor. Wir machen ja investigativen Journalismus. Die zeigen wir dir auch noch. Du kommst also von da angefahren, hast dich angemeldet. Und hier geht es dann rein in den Bereich für die Touristencamper. Und dann siehst du schon, dann kriegt dein Wohnwagen auch direkt so eine schöne Seitenwäsche, wenn es regnet, weil du hier natürlich dran vorbeifährst. Das ist jetzt nicht unendlich breit. Aber jetzt habe ich einen 250er und breiter ist ein Wohnwagen in der Regel nicht, weil das die Straßenverkehrs-Dingsbums ja so vorgibt. Da passt man durch. Und übrigens noch ein geheimer Geheimtipp. Den kriegst nur du, den weiß sonst keiner. Fahr nicht bis hier vorne hin, weil hier musst du die Karte vorhalten. Da vorne kannst du sie hinhalten, so oft und so lange du willst, passiert nichts. Denk da dran, wenn du hier reinfährst. Und dann fährst du rum und dann hast du hier diesen ganzen Bereich, hast du dann für die Touristencamper. Also für Menschen wie du und ich und andere. Und den Bereich, den gucken wir uns jetzt nochmal exemplarisch an unserem kleinen Örtchen an. Da ist nämlich noch nicht so viel los. Und dann zeige ich dir das mit dem Strom und mit dem Wasser und zeige dir, wie schön das ist. Und dann sagen wir Paris, Athen, auf Wiedersehen. Tatat. So, jetzt sind wir angekommen. Mitten auf dem Bereich, auf dem nachher alles voller Happys sein wird. 20 Gespanne werden wir ja sein. Und ich habe es ja vorhin schon kurz erwähnt. Der Jockel hat ja im Vorfeld alles schon mit so kleinen Schildern. Guck mal, die gucken wir uns auch mal schnell an. Hat er richtig schön gemacht. Weißt du, hier so mit reserviert, mit Datum und unser Logo. Bella Augusta, dass du auch siehst, ich erzähle dir keinen Quatsch. Und dann siehst du hier so eine typische Parzelle. Also, ein bisschen gerast, ein bisschen geschottert. Und ich sage mal, alle echt ausreichend groß. Sie sind nicht alle gleich groß. Wir sind jetzt nämlich hier nicht auf dem Plan entstanden, sondern das ist hier so eine Parkanlage. Und du siehst es selbst so mit kleinen Büschen und Bäumen. Und musst du gucken wegen Saat. Ich habe gestern tatsächlich erst mal geguckt, wo stelle ich mich hin. War ja alles leer. Dass das mit dem Saatempfang auch funktioniert. Ich sage mal, wenn du da stehst, da wo die Trude gerade ist. Ist ja auch eine Happy-Dame mit ihrem Herren, dem Michi. Die werden da wahrscheinlich keinen Saatempfang haben, weil die gucken voll im Baum. Aber die beiden können ja miteinander reden. Mein Gott, die sind ja schon lange zusammen. Dann geht das ja. So, und dann hast du hier ganz viel Platz. Du stehst auch tatsächlich relativ gerade. Also in der Regelmäßigkeit brauchst du keinen Keil. Und was brauchst du noch? Du brauchst noch Strom und Wasser. Pass auf, Strom haben wir natürlich. Und zwar haben wir wirklich gut verteilt auf dem ganzen Platz unsere Stromkästen. Hier in dem Fall. Das ist drüben bei meinem Strom genauso. Ein Vierer. Vier, ne? Vierer Anschluss. Alles cool. Legst du rein. Und wenn du sagst, du brauchst auch noch Wasser. Dann gibt es ja auch. Pass auf. Da musst du einen Meter weiterlaufen. Aber auch nur einen Meter. Jetzt gehen wir mal vorbei an Flo's Wohnwagen. Stas. Und jetzt siehst du schon. Mich hat das... Ich bin ja ehrlich. Ich habe ja ein Opa und eine Oma gehabt. Die sind ja schon im Himmel. Und der Rest liegt auf dem Friedhof. Und da gibt es auch so Wasserentnahmestellen. Diese haben mich total daran erinnert. Weil auf Friedhöfen gibt es auch ganz oft, also wo ich wegkomme, zumindest solche Hecken. Kennst du das, Flo? Solche Hecken? Jedenfalls hast du hier dann die Möglichkeit, Wasser zu entnehmen. Zack. Bums. Alles super. Und gestern, vorgestern, als ich Wassergut habe, rochst du auch so ein bisschen hier auf so... Das kommt, weil die so ein bisschen nass waren, glaube ich. Und jetzt pass mal auf. Jetzt stehen wir hier und gucken mal nochmal so hier. Und der ganze Bereich ist alles, was innerhalb dieses Weges sich befindet. Touristencamper. Außenrum hast du nochmal eine Dauercamperrutsche. Super, ey. Das ist ein richtig schöner Campingplatz. Das, finde ich, ist jetzt natürlich total subjektiv, aber kannst du ja sagen, was du willst. Ist halt schön. Musst du ja zugeben. So, und dann pass auf, dann gehen wir wieder zurück Richtung Kakawan. Und meanwhile machen wir ein kurzes Fazit. Also, was finde ich cool an diesem Platz? Lass uns das nochmal kurz zusammenfassen. Super anfahrbar. Also total entspannt von der Autobahn runter. Du hörst hier hinten die Autobahn fast gar nicht. Was du tagsüber tatsächlich ab und zu hörst, ist, da ist noch eine Straße. Jetzt hörst du sie gerade. Da fährt nachts gefühlt kein Auto. Wahrscheinlich verboten hier in Schwabenland. Bayern-Schwaben. Und da hinten ist ja der ADAC mit seiner Strecke. Da habe ich gestern, da sind irgendwelche Rennautos gefahren. Das hörst du mal tagsüber. Und irgendwo ist hier noch ein Flughafen. Das heißt, du hörst irgendwo, ja, hörst du jetzt vielleicht auch, hörst du auch mal eine Cessna. Was zu beweisen war. Aber das ist alles entspannt. Ich finde die Anlage super cool, super aufgebaut, so parkähnlich, dass die Parzellen für sich so leicht, naja, ich sag mal abgegrenzt parzelliert sind, aber nicht mit so 5 Meter hohen Hecken. Du hast trotzdem Kontakt, wenn du möchtest, zu den Nachbarn. Du hast den Strom gut verteilt. Du hast super sympathische Betreiber. Da kannst du Brötchen vorbestellen, Semmeln, wie man hier sagt, sag bloß nicht Brötchen. Verstehen die nicht. Und ich finde den Preis tatsächlich cool. Denn, wenn ich jetzt wieder, ich nehme ja immer das, was ich in den letzten 6 Wochen auf meiner Deutschlandreise so bezahlen musste. Einmal erwachsen, einmal Hund, Hund und Wohnwagen. Dann wäre ich hier bei irgendwas bei 25 Euro Furz. 25, 26 Euro. Das habe ich im Schnitt bezahlt in den letzten 6 Wochen. 28, 29 Euro habe ich oft bezahlt. Das heißt, du bist im vernünftigen, unteren, durchschnittlichen Preissegment. Und kriegst für einen, lass dich nicht abschrecken, 3 Sterne Platz. Wenn man das hört, denkt man sich ja mal gleich, oh, totale Gammel, Mistkacke. Kriegst so einen richtig schönen Platz. Vernünftiges Sunny, da wird da manchmal sogar telefoniert. Homeoffice kriegt eine ganz neue Bedeutung. Mehr brauchst du nicht. Achso, und hier die Region. Ja, du hast Günzburg dabei, da ist das Legoland. Augsburg, muss ich zugeben, ist auch eine schöne Stadt. Ist das eine alte Fuggerstadt? Fuggerstadt, glaube ich, sagt man. Ich war ja irgendwann mal in der Schule, ist ja lange her. Also, wenn du einen Ort suchst, einen Campingplatz, hier in der Region, that is the place to be. Und mit diesen Worten möchte ich an der Stelle auch sagen, Gut, Mensch, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses kleine Video. Und jetzt sage ich, wie immer, bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei wirst. Wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Ich ziehe mir jetzt erstmal ein T-Shirt an, weil es so warm wird. Und dann sage ich, Paris, Athen, auf Wiedersehen. Hasta luego, dein Stefan. Nachricht. Danke. Danke. Danke.